Der ARD-Film der Barcelona-Krimi, Tod aus der Tiefe, läuft heuer Abend um 20.15 Uhr im Ersten. Der Krimi handelt von den dem rätselhaften Tod eines Umweltaktivisten. Die Kommissare Bonnet und Valent fischen lange im Trüben. Hat die stillgelegte Ölplattform was damit zu tun? Ob sich das einschalten lohnt, sehen Sie oben im Video. Der Barcelona-Krimi im Ersten. Rätselhafter Tod eines Umweltaktivisten. Im ARD-Film der Barcelona-Krimi, Tod aus der Tiefe, kommt ein Umweltaktivist unter mysteriösen Umständen ums Leben. Er war zuletzt dabei, eine Ökokatastrophe zu dokumentieren, die von einer ehemaligen Ölplattform ausgeht. Das Kommissar Tim Bonnet, Clemens Schäck und Fina Valent, Anne Schäfer, haben alle Mühe, dem Fall auf den Grund zu gehen. Mehr Details, sowie eine Einschätzung zum ARD-Krimi gibt's im oben angehängten Video.